Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel mit dem Dreamstar. Dreamstar? Ja, hallo schön, Leute. Ja, der Dreamstar ist der Mensch, der für einige... Wo sind die Kisten? In der Mitte. Ich hab ein Stein-Schwert. Alter, geil. Ich bin, wo bist du? Keine Ahnung. Ich renne dir einfach mal hinterher, ich seh dich. Okay, okay. Okay, okay. Der Dreamstar ist der Mensch, der für einige meiner Thumbnails verantwortlich ist. Nur so. Tut mir leid, Leute, ich konnte nicht anders. Falls ihr, falls ihr es gerade kein Begriff ist, der Name, wisst ihr, als wer das ist. Und wir spielen eine Runde Minecraft Survival Games. Mal wieder. Nicht mit Dexter diesmal. Haben ja einige gefragt, ob das so ein Together mit mir und Dexter ist. Ne, das ist ein Together, oder das ist einfach nur so immer und mit irgendwem und mal gucken. Also es ist, da steckt kein, das war dann der... Ne, das war der Brot. Steckt kein Plan hinter. Uups. So. Ähm, warte, wir versuchen mal schnell zum See zu kommen, wenn du magst, weil dann gibt es eine Kiste. Ja, wenn du anruf. Ich kenne hier ein paar. Ja, dann lauf. Hier ist eine Kiste, woran du vorbeigelaufen bist. Echt? Brauchst du ein Schwert? Äh, ja, 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 Schwert. Ich weiß gut. Wo bist du? Ähm, hier. Da. Äh, dankeschön. Ich habe einen Goldapfel. Nice. Ich hoffe, dass wir gleich was zu essen finden. Ich glaube... Ich habe zwei Fische. Hier unter der Brücke ist auf jeden Fall eine Kiste. Mal gucken, ob das schon da war. Unter der Brücke? Ja. Ah, im Wasser. Ich habe einen Eisenhelm, sehr gut. Okay, sehr gut. Brauchst du Stiefel, die hast du? Ne, habe ich. Ja, glaube ich schon. Ähm, das war jetzt... Die Kiste kanntest du? Ja. Deswegen sind wir hier hingelaufen. Aber hier ist noch eine. Und ein Baum hier. Ja, sauber. Ja. Sehr, sehr krass. Na ja, wenn du was zu essen hast, sag mal Bescheid. Ähm, ich habe einen Fisch, aber die brauche ich eigentlich selber. Ja, dann mal halt. Ja, ich habe Bogen und alles, sehr gut. Und Abäpfel. Bogen? Ich habe zwei Pfeile, dann nimm mal. Brauchst du, ähm, Helm? Äh, ja. Warte, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier in den Baum. Alter, da sind welche für arg. Die sind hinter mir. Wo bist du? Warte, ich komme. Die greift mich an. Echt? Nein. Wo bist du? Hier, Wahnsinn. Okay, fuck. Renn weg. Obwohl, fuck, scheiße. Bist du tot? Nein. Ich bin auch tot. Fuck. Die waren auf jeden Fall besser. Scheiße. Die haben sich aber auch gegenseitig getötet. Irgendwie. Oh, ich habe erstmal einen Disconnect bekommen. Ich muss mal bitte um selber. Hä, komisch. Ja, das war nichts. Dann nächste Runde. Auf jeden Fall. Okay. Ich mache da einfach einen Schnitt. Ja. Bist du da auf dem Server? Ja, bin wir drauf. Dann lass mal in... Arena 2. 2? Bitte, geile ich. Voll, sehr gut. Ja, das dauert aber bestimmt auch noch eine Minute 50, bis das hier losgeht. Ja, kann sein. Ja, das ist immer... Ja, Riese 1,40. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit fürs Jump'n' One. Ja. So gut, der erste Sprung glaubt schon nicht. Oh, ja. Das kann dir nur was werden. Same here. Ja, aber jetzt weiß ich, wie ich die Treppe schaffe. Das ist gut. Weil... Ah, sauber. Nein, und dann fällt er da runter. Ah, hab's gerade gesehen. Man muss da irgendwie funktionieren. So. Aber wenn man da... Oh, wenn man da um die Ecke springt, muss man sich nicht mehr festhalten mit Shift, oder? Ähm, doch. Nein, das hab ich so... Also jedes Mal, wenn ich da oben war und um die Ecke gekommen bin, dann... Oh, ey. Ich hab so gelernt, dass man das auf jeden Fall auch mit Shift machen sollte. Aber ob das jetzt auch anders da geht, weiß ich nicht. Kann man die Knöpfe nicht irgendwie besser belegen außer Shift? Doch, ich hab auch Rennen verlegt, dass ich nicht mehr Doppel-B drücken muss. Ähm, ich hab das auf Shift gemacht und STRG hab ich jetzt, ähm, Griechen. Ach, du hast einfach getauscht. Ja, so ungefähr. Ja, weil... Weil mich regt das auf, da ich manchmal nicht renne. Und deswegen hab ich das einfach auf Shift gelegt. Was? Oh. Ja, ähm... Rennen... Also Rennen liegt ja sowieso auf Steuerung. Steuerung? Ja, wenn du Steuerung drückst, läuft der automatisch die ganze Zeit. Ja, ich mein aber Rennen. Ja, mein ich doch, dann rennt der. Echt? Ja. Nicht bei Doppel. Ja, das geht beides. Echt? Wusste gar nicht. Ja. Bei Cornel lernt man noch was. Oh, Dankeschön. Rolle der Lehrer. Fangen wir jetzt am Anfang wieder an oder werden wir gerade los? Weiß er nicht. Ne, den ersten Versuch schneide ich rein. Also fangen wir jetzt einfach weiter. Ja, ja. So, da geht es weiter Mal gucken, wie lange wir jetzt überlegen Überleben, Volcano Ich kenne die Map, glaube ich, gar nicht Ähm Ah, doch, doch, doch Welche Kiste nehme ich? Jetzt ist immer so eine gute Frage Hier sind die voll komisch angeordnet Ja, und wenn du Eine erwischt, wo auch ein anderer reinguckt Und dann Okay, aber relativ viel Scheiße Wo bist du? Renn einfach, ich bin hinter dir Okay Wo gehen wir hin, wo gehen wir hin Ah, ja, dahinter, ja Wobei das natürlich immer ein bisschen doof ist Da sind Schuhe Ja, aber Nein, wow, chill Geht es ja auch irgendwo raus Ich denke schon Keine Ahnung Komm, wir laufen hier lang Muss es doch irgendwo rausgehen, oder? Keine Ahnung Wir schaffen das schon Wir zwei gegen alle Ähm Boah, was ist denn hier? Ich habe keinen Plan Ich kann hier noch nicht mal sprinten, weil ich nicht weiß Was hier abgeht Habe ich schon Schuhe an? Okay Ich habe keine Waffe Ich auch nicht Das könnte schlecht werden Wir sehen es Wir brauchen eine Kiste Ich glaube, ihr könnt was sein Nee, irgendwie auch nicht Das kann doch nicht sein Wir sind bestimmt schon an 15 vorbeigelaufen Das ist voll komisch Die Map hier geht es irgendwie Ich habe gar keinen Freiraum Freiraum Ich habe eine Kiste Ja, ich habe ein Steinschwert Yeah Ja Hast du auch irgendwo Ist ja auch eine Craftingbox Brauchst du Schuhe oder einen Helm? Ähm, ich brauche Schuhe und Helm Beides Ja Wo bist du? Ich bin hier oben Ähm, Helm, Schuhe Hast du ein Holzschwert oder so? Nee, leider nicht Ich habe nur einen Steinschwert Aber das Das Abgeber mir nicht tot Boah, ich habe keine Ahnung Woher ist das Ähm Augen auf Augen auf Ey, warum ist hier die Leiter? Dumm Wahrscheinlich eingestürzt Ja, jetzt raus Ja, echt? Krass Nöch Er steht da Das ist ein strahlender Himmel vor ihm Hier ist die Gäste Ja, ich habe noch voll in die Ecke geschielt Guck mal, ob du die Sachen da abhauen kannst Nee Ja, das geht aber manchmal Warte, war hier gerade eine Craftingbox? Ja, ich kann mir Brot machen Mach das Oh, jetzt habe ich drei Brote Boah, drei Stück Ja Das ist krass Ich bin ein braber Bube Ich mache sehr viel Brot Wo bist denn du jetzt? Das ist ein Name Das ist ein Name Im, 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 im Gestein Da ist eine Wo bist denn du? Da ist jemand Wo bist du? Warte, ich komme gleich Ich tötere den eben Ja, bitte Ja, der ist ein Name Der hat ein Schwert Nein, komm Connel, das hast du ja wohl Schau noch von hinten Ja, sauber Sauber Du hast ihn mit der Faust getötet Das macht Teamwork, ey Brauchst du irgendwas? Geil, er tötet ihn mit der Faust Ich habe voll viel Fallschaden bekommen und so Aber er hatte sein Schwert nicht in der Hand Und ich habe ihn von hinten überrascht Hast du irgendwas? Brauchst du eine Hose oder so? Nee, Brust bräuchte ich Hab ich nicht So will Okay, das ist nicht schlimm Erstmal weiter Boah, das war nice Das war mega nice Mit der Hand getötet, ey Das ist sehr gut Haben wir schon mal einen guten Titel Ja Mit der Hand getötet Hardcore-Fisting oder so Ach, krass Gut Ah Sollen wir erstmal wieder nach außen orientieren Wisst ihr, Survival Games Hier ist nur wichtig, dass man überlebt Das ist erstmal Nummer 1 Sagt der Name ja nicht Zum Glück Und wir haben ja auch schon jemanden getötet Na gell, wir sind ja voll die Allrounder in der Runde Gar nicht so schlecht, ey Und das auf meinem Kanal Damit hätte ich nicht gerechnet in den nächsten 2 Jahren Eben Also so eine gute Aktion Krass Hast du was zu essen? Ja Ja, okay Alles geht noch Ich habe hier noch ein paar Brote Achso Ja, ich habe einen Apfel, eine Karotte und zwei Fische Kann man ein schönes Essen draus machen Ja, lecker Super oder so Ja, irgendwas Efliges Naja Ist richtig War kein Fisch, außer Fischstäbchen Boah, doch, Fischstäbchen sind mega geil Brauchst du noch eine Hose nehmen Hallo? Hose Sorry, nein, ich habe Eisenhose Ja, er hat eine Eisenhose Ja, ich weiß Sau Premium hier alles Mega Premium Hat er Geld für bezahlt Stimmt Ah, hier war ich doch schon mal mit Dexter oder nicht? Ah ja, klar, doch Aber ich habe nur den Anfang gar nicht Ich glaube, ihr wart schneller draußen Doch, klar Hier habt ihr doch Voll die Orientierung verloren Bei den Inseln Ja, stimmt Ich dachte, ich habe Ich habe gesagt Ey, da hinten ist noch einer Und dabei war das Dexter Da ist einer im Wasser, oder? Da ist einer im Wasser, oder? Ja, nein, doch nicht Wow, Alter, wo bist du? Ich dachte, hier kommt einer Okay, lass mal wieder den Inseln, oder? Hier ist ja hier nichts Wo bist du denn? Okay Wey, Köpper Warm Abgerutscht Ja, oh, ist ein Turm Ich glaube, da oben könnte was sein Aber, oh Das ist Wie kommt man denn da hoch? Ich habe keine Ahnung Also, Kiste Echt? Aber die ist bestimmt leer Jolisch Jolisch Oh, ne Oh, er hat einen goldenen Apfel Wenn du willst, kannst du ihn haben Nee So etwas brauche ich nicht Gern Ja, bist du ein Ehrenwärterkämpfer Eben Ja, aber hier kann ich ja nicht alle Blätter kaputt machen Mach es am besten mit der Hand Also, als es kaputt gehen sollte Wofür ist der Hebel? Ähm, was? Ah! Ich dachte auch gerade, ey, da kommt Lava oder so Wuh! Ist das eine Kur? Das könnte sein Nee So nicht Ja, kann man wieder zumachen Ich will auch mal den Whale probieren Ah Krass, das ist Krass Das hat mich ein bisschen erschocken Mhm Ähm, boah, wir bräuchten nochmal eine Kiste mit irgendeinem geilen Stuff Sonst sind die gleich alle so richtig ausgerüstet Und wir stehen dann da wie so Luis Mhm Richtig Warfding Bench Hier gibt es echt Kissen vielleicht Aber einen Verzauberungstisch gab es ja auch noch nicht Naja, aber ich habe auch noch keine Level Ich auch nicht Äh, das ist die Kiste Oh, goldene Brust Nichts drin Gut, ich habe Ja, ich habe schon Brustmanter Kannst du gerne Ja, ich habe auch noch keine Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Äh, ich bin An deinem Haus Irgendwie So halb Ich bin hier am Wasser Wasser? Okay, ich komme einfach mal irgendwo hin Wo bist du? Ich bin auch am Wasser So am See hier außerhalb So Ich glaube, ich sehe dich Wo denn? Wo denn? Hier Nein, das ist ein anderer oder? Wo ist was? Nein, das bin ich Ah gut, ich dachte ey Ich habe gar nicht in Erinnerung mit Goldbrustpanzer Deswegen dachte ich, ey, wer ist das? Da drin warst du? Und dann haben wir noch so ein Premium Kettenhelme Ich dachte, was geht jetzt? Richtig Premium Ah Da hinten ist eine Truhe, oder? In der Ahnung Vielleicht war auch schon einer Ja, da hinten ist einer In den Steinen Ja Da war schon noch keiner Hm, ja Und da unten ist noch welche Sind noch Thronen Boah, ja, mega Essen hier drin Jawohl Eine Brustrüstung und ein Goldschwert Boah, hier ist eine Doppelkiste Echt? Ist da was drin? Äh, ja Aber nichts Bedeutendes Hast du schon Goldschuhe? Ähm Ne, ja, ich habe Ketten Okay, gut Ja, ne, war nur Goldbrustpanzer drin Und Goldschuhe Und ein Steak Steak Äh, wie komme ich hier wieder raus? Die andere Frage Essen habe ich auch genug Boah, ja, wie komme ich hier wieder raus? Jetzt hat das Hähnchen mir Hunger gemacht Manchmal macht das Hähnchen keinen Hunger, ne? Ja, das ist glaube ich Da unten ist einer Ach, das bist du Das bin ich Aber ich komme hier nicht raus Natürlich kommst du da raus Das ist voll schwer Ach, ich bin nicht dumm, ey Hier ist der ganz normale Ausgang Das kann nicht am Run Ne Ich dachte, jetzt haben die mir voll die Falle gebaut Das wäre ja gemein Boah, wie man unter Wasser einfach gar nichts sieht, ey Ja, mit Shaders siehst du Also mit dem Light Shader Von Zeus siehst du echt sau viele unter Wasser Das ist saure Power Du siehst Farben und alles Das ist echt krass Wo bist du? Komm Ja Eigentlich ist es dumm, wenn wir im Wasser schwimmen, aber egal Es sind noch Noch, 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 noch Fünf Leute drin Eins, zwei Tatsächlich, ey Wir sind voll Ja gut, waren aber noch zwölf Akorn, wir müssen die Leuten erzählen, was du geworden bist im letzten Match Ach jo, stimmt Ey, ja, weil Der Dreamster und ich Wir haben ja schon einen Part aufgenommen Der ist dann beim Dreamster einzusehen Also wenn ihr noch mehr Survival Game Action mit dem Korne sehen wollt Und dem Dreamster natürlich Dann könnt ihr bei Dreamster auf dem Kanal gucken Er ist natürlich in der Beschreibung verlinkt Weil ich denke auch immer an sowas Deswegen Nein, das ist mit Sicherheit verlinkt Ja, und da habe ich gewonnen Für die Auflösung Ich habe gewonnen Ich habe ihn mega auseinandergenommen Ich habe ihn erst mit fünf Pfeilen abgeschossen Und dann habe ich ihn getötet Für so einen PvP-Probe, die ist ja eigentlich auch Standard Ja, ja, das war eigentlich langweilig Ey, du hast eine Kiste übersehen, aber nicht schon mehr Ja, habe ich gesehen Oh Nee, habe ich nicht, aber hier ist auch eine Kiste Ja, die ist auch mehr Musst ich Oh, ich glaube, jetzt mittlerweile Da ist einer Hilfe, jetzt kannst du Hier, holen wir Alter, der hat komplett Eisen Nein, Alter, ich bin gleich tot Wow, was geht mit dem ab Alter, es geht mit dem ab Ja, ich habe noch ein Leben Ach, ja, noch ein Herz Holst du den? Ja, jetzt läuft der gerade weg Pass auf, lauf Das schaffe ich nicht Lauf, lauf, lauf Scheiße, scheiße Fuck, fuck, fuck Alter, bin tot Nein, was ein Bastards Scheiße, ey Okay, den holst du noch Ich glaube, der hat nicht mehr viel Komm schon Der tötet mich Warum? Weißt du? Ich springe Und weil ich dann höher bin Dann kann der mich von viel weiter weg treffen Und wenn Die Leute haben mir gesagt Wenn du springst Machst du mehr Schaden, Cornel Aber dann komme ich nicht an den ran Weil dann bin ich so oben Und dann Mann Oh, fuck Naja, okay, ne Ich meine, wir haben einen gekillt Ich meine, das ist eigentlich ein Fortschritt Boah, aber wie wir den gekillt haben Ja, mit der Faust Muss man sich überlegen Mann Das ärgert mich Ja Wie viel nehmen Aber der hat auch eine komplette Eisrüstung, glaube ich Ja, hat er Das war krass Wo hat er die her, ey Voller Lacker Premium Ja, Premium Wahrscheinlich Gut Dann würde ich sagen Ich hoffe Die zwei kleinen Runden haben euch gefallen Ja, hoffe ich natürlich auch, ne Und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann mal wieder Irgendwo Bei Minecraft Minigames Mit wem auch immer Mit mir Auf jeden Fall wahrscheinlich Wenn es auf meinem Kanal ist Aber wer weiß Vielleicht bricht ja nochmal einer ein Und dann denkt er sich Boah, guck mal Ich mach Videos Das wäre auch geil Dann fragt ihn nach seinem Namen Bitte Bitte Gut Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Alles klar Bis dann, Leute Ciao Tschüss